Moin und herzlich willkommen. Ihr hört Jörn Schaars feinen Podcast Episode 230. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, wie das immer so ist. Mal gibt es eine Woche lang nichts zu erzählen oder nur wenig und dann ist auf einmal doch wieder eine ganze Menge, die sich da angestaut hat. Und es sind ganz viele Kleinigkeiten eigentlich nur. Eine witzige Geschichte, da muss man vielleicht auch dabei gewesen sein, weiß ich nicht. Ich war auf der Autobahn unterwegs, auf der A23. Ich musste zu einem Termin nach Itzehoe und ich habe einen Lkw überholt, der Penny-Märkte beliefert, also einen Penny-Laster. Und hinten auf der Heckklappe des Lkw stand drauf, Marktmitarbeiter gesucht. Und als ich näher ranfuhr, habe ich dann nochmal geguckt und habe dann gesehen, dass da unten drunter stand, einmal Hupen gleich Bewerbung, zweimal Hupen, ach nö, aber schöne Grüße an den Fahrer. Und ich musste so lachen. Ich fand das so unfassbar witzig und ich bin selbstverständlich mit zweimal Hupen an dem Führerhaus des Lkw vorbeigefahren. Und jetzt frage ich mich natürlich, also ich mag einfach die Vorstellung, dass dieser arme Mensch möglicherweise gar nicht so ganz genau weiß, was hinten auf seinem Lkw auf der Heckklappe draufsteht, weil in Logistikzentren die Fahrer selten die Klappe selber oder den Wagen selber entladen. Das weiß ich zufällig, weil ich mal in einem gearbeitet habe. Und dass der sich vielleicht denkt, warum Hupen alle? Und der kommt abends nach Hause und ist völlig fertig, weil er ständig angehubt wird und dabei macht er doch überhaupt nichts falsch. Und irgendwie so, ich mag die Vorstellung, diesen Gedanken. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht, aber ist auch egal. Ja, Thema Auto. Die Karre war mal wieder in der Werkstatt, weil sie, das Auto hat permanent gemeckert wegen Kühlwasserverlust und wir mussten immer nachschütten. Und das war dann mal so, mal hat es irgendwie zwei Tage das Wasser gehalten, mal mussten wir es mehrmals an einem Tag nachfüllen und das war dann immer ganz unterschiedlich. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt bin ich genervt genug und habe einen Termin gemacht bei der Werkstatt. Und die sagten, ja, so wie sie das schildern, das klingt nach dem AGR-Kühler und das ist ein Problem, dass die Schummeldiesel von VW alle haben. Und das kostet zwar anderthalb tausend Euro, aber VW ist da in der Regel kulant genug, das selber zu bezahlen. Und da war ich einigermaßen entspannt, als ich den Auftrag gegeben habe. Also ich habe es mir so gesagt, es muss auf jeden Fall gemacht werden, egal was es ist, weil so kann es nicht sein und das nervt und ja, stellt sich raus, das war die Wasserpumpe, die da Wasser verlor. Dann haben sie natürlich auch gleich den Zahnriemen mitgewechselt, weil man hat den sowieso in der Hand, wenn man den halben Motor ausgebaut hat, um dieses in meinen Augen Verschleißteil Wasserpumpe zu tauschen. Und ich finde ja, Verschleißteile sollten an leichter zugänglichen Stellen eingebaut sein, damit die Reparatur nicht so teuer wird. Das war dann mal schlanken Tausender und die Diagnose danach war, ihre Bremsen sind irgendwie verzogen. Sagt er, passiert, wenn man sehr viel, sehr schnell fährt und dann sehr doll bremst. Ich schätze sie nicht so ein, dass sie das waren. Ja, haben wir beide gelacht. Nee, war ich tatsächlich nicht. Und dieses Bremsen, das hatte ich schon mal angemeckert bei einem Werkstattbesuch. Mir ist es dummerweise bei der Probefahrt nicht aufgefallen. Sonst hätten wir das gleich machen lassen, aber wie das immer so ist. Und stellt sich raus, das müsste auf jeden Fall gemacht werden. Und dann ist wohl irgendwo an einem Rad vorne rechts ist, glaube ich, irgendwie Spur verstellt oder was. Und da ist dann das Profil runter und hinten haben die Reifen Sägezahnbildung. Sprich, also das Profil fährt sich ungleichmäßig ab, aus welchen Gründen auch immer. Er rät dazu, Achsvermessung, neue Bremsen vorne und ein Komplettsatz neue Reifen. Aber bitte zügig, denn der eine ist jetzt wirklich langsam runter. Wird wohl auch nochmal so. Naja, er wusste, nee, er konnte nicht genau nachgucken, weil gerade kriegten sie eine neue IT. Und sein Computer war noch nicht wieder aufgebaut. Aber er sprach auch davon, dass das ein bisschen was kosten dürfte. Und dann hätten wir aber ein komplett neues Auto. Also dann wäre ja alles gemacht. Ich bin sehr gespannt, wenn ich jetzt am Montag dann anrufe, um einen Termin zu machen. Eigentlich wollten die sich melden mit einem Angebot, damit ich ungefähr eine Orientierung habe. Aber er sagte, das soll zügig erledigt werden und innerhalb der nächsten tausend Kilometer Fahrleistung. Jetzt fahren wir nicht so wahnsinnig häufig so weite Strecken wie zuletzt. Aber das läppert sich auch alles, was wir so fahren. Deswegen werden wir das jetzt dann mal demnächst angehen müssen. Bei der Gelegenheit habe ich übrigens mal wieder das ÖPNV-Projekt in Husum gestartet. Ich hatte schon mal davon erzählt, dass ich also immer mal gerne den öffentlichen Personennahverkehr benutzen möchte. Das war spannend. Nach wie vor ist es so, dass die meisten Bushaltestellen, ich habe jetzt einige Bushaltestellen in Husum gefunden, die so einen Aufkleber haben, wirklich mit so einem Dymo-Reiter, so ein Etiketten, so ein Labeldruckgerät sieht das aus. Da steht dann der Haltestellenname drauf. Wie gesagt, hier bei uns vor der Haustür in Anführungszeichen, also 100 Meter die Straße runter, da ist eine Bushaltestelle, die heißt Kiosk und da ist aber kein Kiosk mehr. Also da auf der Ecke ist ein Haus, an dem mal ein Schild dran hing, aus dem man ein Kiosk ableiten kann. Also wird es da wohl gewesen sein. Bei der Gelegenheit habe ich auf den Fahrplan geguckt und habe gesehen, dass in der gleichen Straße ein paar hundert Meter weiter eine weitere Haltestelle ist namens Sparkasse. Ich habe da noch nie eine Sparkasse gesehen. Nichts deutet darauf hin, dass da jeweils eine Sparkasse war, aber die Haltestelle, die heißt so. Ja gut, und dann kam der Bus also und war irgendwie ein paar Minuten zu spät. Und der hätte eigentlich noch am Rathaus vorbeifahren sollen, um dann direkt zum Zopp und von da aus zum Hauptbahnhof zu fahren. Jetzt war aber offenbar jemand drin, der dringend zum Hauptbahnhof musste. Und dann hat er also nach hinten geguckt, muss von ihm jemand zum Rathaus oder da und da hin. Sonst würde ich jetzt erstmal zum Hauptbahnhof fahren, was ich halt total nett fand. Weil die Leute wollen ja schließlich dann ihren Anschlusszug irgendwie kriegen. Und dann stiegen alle aus, bis auf mich. Und dann guckt er so hoch und sagt, und sie wollten zum Zopp, richtig? Ich sage, ja genau, ja, da fahren wir jetzt da auch noch hin. So, ja, das ist dein scheiß Fahrplan. Was ist hier los? Und dann da ausgestiegen, noch ein paar Minuten gewartet auf den Anschlussbus. Man muss dann echt umsteigen. Und dann ging es eigentlich zügig. Und das war dann überhaupt kein Problem. Aber was passiert ist, also ich habe, ja gut, also ich habe ja immer so diesen Monk in mir, dass ich früher an der Haltestelle sein möchte, als ich wirklich müsste. Und musste dann eben noch außerplanmäßig ein bisschen warten. Dann die Umsteigezeit hat einfach mal eine Dreiviertelstunde gedauert. Ich habe es schon mal gesagt, der ÖPNV in Husum ist nicht dafür designt, dass den Leute auch wirklich benutzen. So, das sind dann wirklich die armen Schweine, die nicht anders können. Ich wollte nämlich auch ganz bewusst eben nicht den Hol-und-Bring-Dienst vom Autohaus benutzen. Das war mir schon blöd genug, dass ich den in Anspruch nehmen musste, als ich das Auto hingebracht habe. Weil ich dann halt, ich habe das Auto abgestellt und musste dann halt zum Bahnhof. Und jetzt habe ich gedacht, wenn ich jetzt eine Dreiviertelstunde brauche, bis ich mit dem Bus da bin, wer weiß, ob der wirklich dann passend fährt, dann nehme ich lieber den, damit ich eben dann pünktlich meinen Zug kriege. Und naja, ich habe eine Sendung moderiert bei NDR 1 Welle Nord zum Thema Krabbenfleisch. Krabben sind ja eine Delikatesse aus der Nordsee, die gerade unter einem gewissen Preisverfall leiden. Weil es so viele von ihnen gibt, ist es sogar so weit, dass der Großhandel, es gibt zwei große Großhändler, Klaas Puhl und Haibluch aus Holland beide, die sozusagen 90 Prozent des Krabbenmarktes unter sich aufteilen. Und die haben die Lager voll, die werden das Zeug nicht los, weil es funktioniert ja so, die Krabbenkutter landen das Zeug in einem Hafen an, dort nimmt es ihnen die Erzeugergemeinschaft ab, siebt die ganzen Dinger und sorgt für den Weitertransport zum Großhändler. Und der wiederum bringt die nach Marokko, dort werden die gepoolt und kommen dann wieder zurück und landen dann im Handel. So und was jetzt passiert ist, wir hatten ein paar Jahre lang, gab es ganz wenig Krabben und deswegen hat man in Marokko eine ganze Menge von den Poolerinnen rausgeschmissen, die sich jetzt natürlich was anderes gesucht haben. Jetzt auf einmal, wirklich auf einmal, von einer Woche auf die andere, gab es wahnsinnig viele Krabben und es gibt aber nur noch irgendwie 20 Prozent der Poolerinnen im Einsatz und deswegen kommen die nicht hinterher. Das ist nicht so, dass man das nicht verkaufen könnte, wird auch weiterhin ja verkauft irgendwie, also das Kilo für 6,80 oder so, also es kommt jetzt nicht so unbedingt beim Verbraucher an, diese Niedrigpreisphase. Ja und darum ging es also, diese Sendung dauert zwei Stunden, ist am Sonntagnachmittag oder Sonntagabend vielmehr. Wir waren in Büsum im Hafen, da wo eben die Krabbenkutter liegen, hatten Krabbenfischer dabei und jemanden vom Naturschutz und das war tatsächlich eine ganz, ganz okaye Sendung, habe ich lange nicht mehr gemacht, aber war dann kein Problem. Das Problematische war, einen Krabbenfischer zu finden. Die wollten nämlich alle nicht zu mir in die Sendung kommen, weil jemand vom WWF dabei war und die gesagt haben, das ist dann, werden nur Halbwahrheiten verbreitet und die haben alle keine Ahnung und die geben uns für alles die Schuld, was schief läuft im Wattenmeer und dann kommen wir nicht. Und die sind sich auch nicht mit guten Worten dafür, davon überzeugen und der eine, der dann doch zugesagt hatte, der kriegte von seinen Kollegen dann ein bisschen Druck, dass sie gesagt haben, wir haben alle gesagt, wir kommen nicht und jetzt kommst du gefälligst auch nicht. Naja, zum Glück hatte ich dann, hatte ich den Pressesprecher der Erzeugergemeinschaft schon verpflichtet, der kam nun extra aus Ostfriesland an. Gut, ist halt auch ein bisschen sein Job, klar, aber das war ganz schön knapp, weil ich hatte ja eine Zusage von einem Fischer aus Büsum, der wenig Anreiseweg hatte und als der Pressesprecher zugesagt hat, war ich ganz kurz versucht zu sagen, lassen Sie sich doch, sparen Sie sich doch den Weg, ich habe jemanden aus Büsum und wie gesagt, der hat dann kurzfristig abgesagt, vier Stunden vor der Sendung, was eher so mittel war. Ja, und da war ich doch so ein bisschen irritiert, das war ein bisschen aufregend dann, aber so insgesamt lief die Sendung ganz gut. Ich bin an ein paar Stellen ein bisschen ins Schwimmen gekommen mit meinen Fragen, weil ich da halt einfach spontan umbauen musste. Ja, aber ihr könnt euch das anhören als Podcast, ich verlinke das in den Shownotes und dann bin ich gespannt auf euer Feedback, das ihr dann aber nicht auf der NDR-Seite abgeben könnt. Soweit ich weiß, sind da keine Kommentare möglich, aber bei mir geht es selbstverständlich. Ja, dann hatte ich irgendwie so einen Lauf, dass ich irgendwann mal abends mich hingesetzt habe und habe mich ein bisschen mit Meta-Kram in Sachen Podcasting beschäftigt und habe, also das ist jetzt wieder so eine Sache, also Podcaster reden über Podcast-Technik. Also das ist so eine Geschichte, die mich wahnsinnig zufrieden gemacht hat und auf die ich fast auch ein bisschen stolz bin, was aber dem wenigsten, also dem wenigsten Menschen wirklich was bringt. Also bei What's in Your Pants gibt es ja ein Episodenarchiv, das wollte ich auch für Jörn Schaas für einen Podcast übrigens mal machen, fällt mir gerade ein, müsste ich auch mich mal ransetzen. Und jetzt weiß ich ja, wie es geht. Es gibt ein Episodenarchiv und das kann man entweder mit so einem Shortcode von dem Plugin in WordPress generieren lassen, dann sieht es aber scheiße aus und es berücksichtigt auch nicht, ob ein Podcast in mehrere Staffeln aufgeteilt ist, so wie What's in Your Pants es ist, ohne dass wir da jetzt einen riesen Film von machen würden. Also wir haben irgendwie Staffel 1 bis 3 schon veröffentlicht, Staffel 4 steht jetzt sozusagen vor der Tür und das wollte ich irgendwie abbilden in diesem Episodenarchiv und habe tatsächlich mit relativ null Programmierkenntnissen und hatte im L-Wissen von vor zwölf Jahren oder so, sogar noch mehr, 15 eher, habe ich da was hinbekommen, was für mich, also mit dem ich wirklich sehr zufrieden bin. Wie gesagt, die wenigsten Leute gucken sich diese Archivseite an, weil sie auch, es gibt auch keinen Grund dazu, ehrlich gesagt, aber manche wollen das vielleicht, deswegen bieten wir es überhaupt erst an und noch viel weniger Leute können nachvollziehen, was da technisch passiert. So deswegen, also das ist jetzt nichts, womit man irgendwie wahnsinns Fame ernten würde, wahnsinns Ruhm ernten würde, aber es ist halt, es ist halt da und es sieht gut aus. Ich bin ganz zufrieden damit, dass ich mir dasselbe erarbeitet habe, was mich dann so ein bisschen zurückgeworfen hat, war am Tag drauf. Also ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier Stunden mit verbracht, das zusammen zu dingeln und darum zu fummeln, bis es dann so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann am nächsten Tag habe ich in irgendeiner anderen Sache, in der Dokumentation dieser, man hat das Templates nachgeguckt, was man damit alles machen kann. Ich hatte noch eine andere Idee. Und da sah ich dann einen Beispielcode für genau diese Funktionen, die exakt das war von der Funktionalität her, was ich da gebaut habe. Also nicht ganz natürlich, ich hatte noch ein bisschen Shishi eingebaut, irgendwie noch, ich lasse die Downloadzahlen mit ausgeben und wie gesagt, diese Sortierung nach Staffeln. Das war da auch nicht, doch, das war da auch drin. Aber keine Ahnung, es war also irgendein Kleinkram noch jedenfalls, den ich da gemacht habe. Und also sprich, mein Ergebnis ist besser als das, was in der Beispieldokumentation war, die zum Copy und Pasten bereitsteht. Und ich habe das von alleine mir erarbeitet. Und das ist das eben, was mich so zufrieden macht, dass ich zu einem technisch ähnlichen und in der Ausführung dann am Ende besseren, für mich besseren Ergebnis gekommen bin, als das, was da die Programmierer des Ganzen sich ausgedacht haben. Und das, muss ich sagen, gefällt mir. Wie gesagt, der, wie sagt man immer, Public Value des Ganzen, also ja, der öffentliche Wert des Ganzen, der ist überschaubar. Aber mein Gott, muss ja auch nicht immer, das ist ja immer das, was Podcasting auch macht. Ich mache auch einen High-Alarm-Podcast. Der hat auch nicht so einen Riesen-Public-Value, wenn du den einen oder anderen fragst. Ja, dann hatten wir noch ein bisschen Besuch. Und zwar war schon Ende April, war Silke bei uns, die Mini Lancelot, die beim Nord-Süd-Gefälle uns einerseits super mit kuriosen Automaten versorgt und andererseits eben auch unsere Automatenkarte pflegt. Wir sammeln da ja kuriose Automaten. Und Silke hat eine Google Maps-Karte angelegt, wo die Standorte der ganzen Automaten aus allen unseren Folgen markiert sind. Und ja, die war zufällig in Hamburg, ich glaube, irgendein Geocaching-Event oder was, und hat sich gedacht, oh, sie könnte sich ja auch mal Husum angucken. Und kam vorbei und hat dann bei uns eine Nacht übernachtet. Wir hatten dann später auch noch Marco und Tanja zu Gast. Also Marco, mit dem ich den Camping-Caravan-Podcast mache. Dann haben wir auch gleich die Folge aufgenommen, die ihr hoffentlich alle schon gehört habt. Meine erste offizielle Camping-Caravan-Podcast-Episode. Und dann waren vor kurzem Inger und Vera bei uns, die beiden Schwestern von Udo Fernsehmüll. Die hatten Anfang der Woche Geburtstag. Und immer wenn sie Geburtstag haben, dann fahren sie irgendwo hin in den Urlaub. Und in diesem Fall war es eben Norddeutschland. Sie haben bei uns sozusagen angefangen und dann noch mal ein paar Tage Hamburg hinten dran gehangen. Und auch das war ganz, ganz großartig. Und jetzt gerade eben weggefahren ist Sven, der Evil Dan Wallace, der spontan zu Gast war, weil er sich nämlich ein Konzert von Heartbone angeguckt hat, zu dem wir auch Karten hatten. Heartbone ist die Band von Benny, mit dem ich den High Alarm-Podcast aufnehme. Da spielt er nämlich Schlagzeug. Die Herzdame und ich hatten schon länger uns Karten besorgt für den Gig. Gestern Abend im Husumer Speicher. Dann stellt sich irgendwann raus, dass Hobbyquerschnitt Björn auch noch kommt. Und der hatte dann auch noch angeregt, dass ja Sven, wenn er Bock hätte, sich noch spontan anschließen könnte. Und das war, muss man einfach sagen, eine großartige Veranstaltung. Also die haben da eine mordsmäßige Party abgefackelt. Es war unfassbar laut. Der Husumer Speicher ist ja doch relativ klein. Da passen ungefähr 200 Leute rein. Aber die haben dann mit der Anlage doch für ganz schön Druck gesorgt. Und ich habe natürlich konsequent, das war auch wieder so ein typischer Jörn eigentlich, wir saßen, Sven und ich saßen im Garten und guckte die Herzdame aus dem Fenster und sagte, ja, wir könnten ja schon mal vorgehen. Sie bräuchte noch ein paar Minuten. Sie käme dann mit dem Fahrrad nach und haben uns angeguckt und haben gesagt, ja, dann können wir ja los. Und sind dann auch konsequenterweise losgegangen. Und ich habe keine Tickets mitgenommen. Ich habe meine Ohrenstöpsel nicht dabei gehabt, die ich eigentlich mitnehmen wollte. Die Tickets, da hat die Herzdame immerhin noch dran gedacht, das war schon mal gut. Aber mit den Ohrstöpseln, das habe ich einfach auch verdattelt. Tatsächlich hielt sich dann aber der Konzert-Tinnitus danach sehr in Grenzen. Aber ich will es der Reihe nach erzählen. Wir haben uns nämlich erst mal mit Björn und Gabi zum Essen getroffen. Im Diner in Husum. Es gab Burger und Pommes und das Ganze bei, ja, also es war jetzt nicht ganz warm, aber so richtig kalt war es auch nicht. Man konnte gut immer noch draußen sitzen. Und das Essen da ist einfach super. Da gehen wir gerne hin. Ist auch preislich völlig in Ordnung. Und dann gab es Burger und für mich Wedges. Die anderen hatten zum Teil Süßkartoffel, Pommes oder auch normale Fritten und noch ein Milchshake hinterher. Also es war wirklich richtig gut. Und dann sind wir langsam rüber zum Husumer Speicher und haben da erst die Vorband gesehen, Aaron Helvis. Die alte Band von Benny, wo er bei solchen Gigs immer noch mal dann trommelt. Also Benny hat dann zwei Shows gespielt an dem Abend. Und es war einfach großartig. Also Aaron Helvis war jetzt nicht so ganz mein Fall. Die waren doch deutlich härter als Hardbone. und auch, ja, Klang auch nicht ganz so rund. Also das ist halt so ein bisschen so eine Hobbykapelle. Und Hardbone, die sind eben schon, die gehen durchaus auch mal auf Tour und sind irgendwie Support dann für Thundermother in ganz Europa unterwegs gewesen. Und das ist schon ein anderer Schnack. Da ist also ein bisschen weniger Kompromissbereitschaft offenbar. Auch wenn die nur so Wochenend-Gigs spielen. Aber das ist halt schon ein bisschen was anderes vom Level her. Das hört man auch. Und wie gesagt, der Ton ist halt oder der Sound ist halt ein bisschen anderer. Ja, klingen halt ziemlich genau wie ACDC irgendwie. Das fand ich ganz angenehm. Und wie gesagt, hat einen mordsmäßigen Spaß gemacht. Was Mörder genervt hat, waren allerdings diese ganzen Typen, die da so konsequent mit den Handys gefilmt haben, dann zum Teil auch noch irgendwie Licht anhatten, um irgendwie die Taschenlampenfunktionen vom Handy sozusagen, um das so ein bisschen aufzuhellen. Und zum Teil wirklich bis auf einen halben Meter ans Gesicht des Sängers ran mit dem Handy und so ganz nah. Der hat das, ihnen scheint das nicht gestört zu haben. Aber ich fand es irgendwie, also mich hat es genervt, so dass diese Typen da permanent vor mir rumtanzten und mit dem Handy gefilmt haben. Vor allen Dingen, das guckt sich ja nie wieder irgendjemand an. Das ist ja auch mal klar. Naja, gut. Muss jeder selber wissen. Ja, wie gesagt, der Konzert-Tinnitus danach, der hielt sich überraschenderweise in Grenzen. Das war alles sehr, sehr entspannt. Und da haben wir, ich weiß gar nicht, wann waren wir zu Hause gegen Mitternacht oder so, halb eins vielleicht. Und sind dann auch gleich ins Bett. Ja, ich hatte dann, habe andern Tags eben Brötchen geholt und wir haben den Tag noch zusammen verbracht, so ein bisschen rumgehangen hier in der Casa Chasa und später noch zusammen gekocht. Es gab Blumenkohl und Kartoffeln. Und die Zwillinge hatten uns nämlich auch, und das ist auch noch ganz großartig und erwähnenswert, ein Töpfchen Kri-Soße mitgebracht. Also grüne Soße, Spezialität aus dem Frankfurter Raum, wo alle immer total irritiert sind. So, das kennst du nicht. Wieso hast du das noch nie gegessen? Wieso weißt du nicht, was da drin ist? Ja, das ist halt aus dem Frankfurter Raum. Und ich komme da halt nicht her, sondern das ist eben ein komplett anderer Teil von Hessen. Und in der Region, wo ich aufgewachsen bin, ist das eigentlich nicht so üblich. Ja, also erkennbar drin hartgekochtes Ei, Senf, Sahne und dann eben sieben Kräuter, wie gesagt, die ich auch nicht zusammenkriege. Ich werde die Grisos mal verlinken in den Shownotes, dass ihr euch das selber angucken könnt. Super lecker und passt einfach fantastisch zu Kartoffeln und Blumenkohl. Das war ganz, ganz toll. Doch da werde ich mal dafür sorgen, dass wenn ich das nächste Mal bei meinen Eltern bin, dass dann vielleicht, also wenn zufällig jemand von denen in die Richtung fällt, dann könnten die mir ja ein bisschen was davon besorgen oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Das nochmal zuzubereiten. Beziehungsweise wir haben es ja nicht zubereitet, wir haben es ja nur aufgewärmt. Und war trotzdem gut. So und bevor ich hier noch mehr rumstammel, sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin der Meinung, dass der Bundesinnenminister zurücktreten sollte und ich wünsche euch eine fantastische Woche. Bis bald. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020